Liebe Zuschauer, ich begrüße Sie zum Wetter für Bayern. Momentan ist die Wetterlage nicht sehr leicht, um Gewitter vorherzusagen. Viele verschiedene Faktoren spielen damit und das macht eben die Wetterlage recht schwierig. Wir sind aber relativ sicher, dass es im Laufe des Abends und in der kommenden Nacht vor allem im Oberpfälzer und Bayerischen Wald einzelne teilweise sehr heftige Gewitter geben kann. Nach den neuesten Berechnungen mit großen Hagelkörnern, die daraus fallen können. Also da sollten Sie auf der Hut sein. Zählen Sie immer, wenn Sie einen Blitz sehen, bis zum Donner. Und wenn die Zeit immer geringer wird, dann sollten Sie in Deckung gehen, denn die Gewitter können es in sich haben. Das Gleiche gilt auch in der Alpin in Oberbayern für einzelne Schauer und Gewitter. Die fallen aber später in sich zusammen und schon wieder eine tropische Nacht, wie so oft in diesem Hochsommer. Wir sind es ja kaum noch anders gewohnt. Schauen wir auf den Sonntag. Da wird es in Franken ein ganz, ganz toller Tag mit Temperaturen teilweise weit über 30 Grad, bis zu 33 Grad in Nürnberg. Was aber angenehm ist, obwohl es heiß ist, wir haben einen Wind aus nordöstlichen, östlichen Richtungen mit Windstärke 2 bis 3. Das kühlt fast wie auf den Kanaren der Passat, also insgesamt im Schatten sehr angenehm. Ähnliches gilt dann auch für den Oberpfälzer Wald. Dort sogar noch einer draufgelegt bis zu 34 Grad in Regensburg, auch dort im Laufe des Tages, vor allem in den Bergen. Da ploppen einzelne Gewitter auf. Die können auch sehr heftig sein, sind lokal, regional, aber auch dort sollten Sie dann wirklich Obacht geben. Da kann es heftig werden. Der Wind ebenso aus nordöstlichen Richtungen mit Windstärke 3, ebenso eine recht angenehme, kühlende Brise. Trotzdem, Lichtschutzfaktor sollte hoch sein bei der Sonnencreme, weil die Sonne ist noch sehr stark. Auch in Oberbayern, da wird es sehr, sehr heiß. Wenn wir Richtung Westschwaben gucken, da ist die Gewitterwahrscheinlichkeit erhöht, also auch dort Unwettermöglichkeit, vor allem zum Nachmittag das Ganze bei nordöstlichem Wind. Und wenn wir jetzt in die Zukunft schauen, es geht unbeständig weiter. Zum Mittwoch wahrscheinlich wieder deutlich mehr Sonnenschein und es bleibt heiß. Zum Mittwoch